so damit willkommen zurück wir haben neue serie und wir sind im sommer angekommen serie katillac weiß ich nicht f-150 eigentlich beides uninteressant die haben wir glaube ich beide schon im sommer würde mich jetzt interessieren die corvette und ich glaube den der weiß ich nicht den schon haben jeden fall die corvette die wird mich interessieren so dann gehen wir direkt mal rein das heißen arkade das machen wir nicht mehr machen das hier und da gibt es ein chef wie kamaru 2018 wir müssen warten eine minute geht er mal noch ja spiel wie immer mit lenkrad erst mal unsere kupplung hier gehabt so 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 Ah, jetzt geht es auch schon gleich los. Guck mal Jan. Ich präfange was gesucht. Was haben wir denn? Ach, S1, oh Gott, 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 oh, Shelby GT würde ich sagen, oder? Wir können auch den Mustang RTA nehmen, aber der hat bis 800 Putze quetscht. Ja, komm, S1 ist nicht so mein Ding, aber jetzt sind ja noch ein paar mehr. Da muss schon schogeln. Ja, ey, komm, S1 ist nicht so diversity. Ja, komm, S1 ist nicht so Heffi Camaro haben wir viele vertreten bei unserem Team. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Reise zum Zielort 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 Reise zum Zielort